Ich glaube, ich muss gleich wirklich das Snickers-Reichs essen. Was geht Leute? Mein Name ist Loaded, Danny B-B-Burnage. Ja, äh, heute spielen wir wieder Advanced Warpair auf Biolab in Team Webmatch. Ich muss sagen, ich schwitze schon wegen dem letzten Game mit dieser Stuhlflinte. Gott, wird man da aggressiv, das ist richtig schlimm, wenn man einfach nicht an die Gegner rankommt. Deswegen habe ich mich heute entschieden, dass ich eine normale Waffe spiele. Und zwar ist es die, äh, ASM1. Oder, ja, ich glaube, das ist eine, Moment mal. Ah, shit, ich habe mich vergessen, was, ich glaube, ein Maschinengewehr, es ist ein Maschinengewehr. Also, man kann sich schnell damit bewegen, sehr schnell sogar, wie ihr sehen könnt. Und dann würde ich mal sagen, es geht los, wir spielen heute auf einer Schneemap. Die habe ich schon mal gespielt, also ich weiß ungefähr ein bisschen über sie. Ich weiß, dass man hier hoch kann und so. Aber so viel weiß ich auch nicht. Oh, hinter mir. Shit, oh Gott. Ich konnte mich nicht, ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich, wen ich fokussieren soll. Puh, ich bin aggressiv, Alter. Normalerweise sollte man eine Pause machen, wenn man so aggressiv ist, gerade wie ich. Ich will irgendwas kaputt machen am besten. Holy moly, alles wird gut, Alter. Du nimmst Drogen. So, ganz langsam entspanne ich, Danny. Es sind nur Gegner. So, mein erster Kill. Mein zweiter Kill, vielen Dank. Ah, hab zwei Kills bekommen, was sehr schön ist. Mein Gott, ich verliere die letzten Spiele. Die Anfangsspiele habe ich immer gewonnen und jetzt verliere ich die irgendwie mittlerweile so oft. Oh mein, nein. Was? Wieso fliege ich, Mann? Fliegen kann ich auch, wenn ich doppelmal A, zweimal A drücke, Alter. So, hier ist einer. Zeig dich, du Bastard. Was? Da waren zwei Stück, dann alles klar. Ach so, scheiße. Ja, ich merke schon, wie ich spiel macht, super aggressiv. Also, ich bin... Äh, eins muss man sagen, was ich gut finde. Und zwar, diese Waffe hat tatsächlich Rückstoß. Also, es... Ja, es gibt noch Waffen mit Rückstoß. Ich bin sagen, elf. Wie viele Ränge es hier insgesamt gibt? Muss ich mal gucken. Ich weiß es selber nicht genau. Wow, die Waffe hat Rückstoß. Das ist ja ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Die Waffen haben Rückstoß. Was habe ich? Sieben, sechs zu sieben. Scheiße. Ich kann mir das gar nicht erklären, Leute. Gerade, ich kann mir das ernsthaft nicht erklären. Ist wirklich merkwürdig. Ich war sogar beim Call of Duty Advanced Warfare Event besser. So. Hinter mir. Hallo? Was? Hallo? Was? Von oben? Oh, wow. Das kann ich auf jeden Fall wissen. Alles wird gut. Oh Gott, ich schwitze gerade. Mir ist warm, Baby. Mir ist warm. Ich glaube, ich muss gleich wirklich Snickers-Rex essen. Meine Hände schwitzen auch so. Ich weiß nicht, was von euch... Oh nein. Ey! Ich habe sogar Zähigkeit dabei. Gibt es hier auch. Aber zu den Perks kommen wir später. Ja, alles wird gut. Was hat der? Was hat der? Ach, so scheiße. Okay, ich verstehe. Alles wird gut. Wir alle sind immer auf Droge. Der Typ ist da oben. Ich kann die von hier nicht killen. Vor allem nicht mit meiner Waffe. Irgendwie sind das Told Rifles die langweiligsten, aber die besten irgendwie. Ich weiß nicht, die haben wenig Rückstoß. Was habe ich? 7 zu 11. Ach, so scheiße. Ich kann es nicht kontrollieren, Leute. Ich kann es wirklich nicht kontrollieren. Ich würde gerne ein bisschen besser spielen gerade, aber es ist für mich wirklich schwer. Ich kenne diese Map noch gar nicht. Meine Hände schwitzen. Ich bin so aggressiv gerade. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich... Nein, hallo. Meine Güte. Ja, alles wird gut. Ja, genau. Gott, bin ich angepisst. System gehackt. Was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja, genau. Alles wird gut. What the fuck? Ich schwitze gerade so richtig, Mann. Ich verpiss dich. Ist mein Fernseher kaputt, oder so? Äh, hallo? Gott, ich denke, ich meine Pause, Alter. Und ich gehe erst mal duschen. Das ist jetzt schlimm, als beim Sport. Ohne Witz. Ja, genau. Spring erst mal eine Runde. Du Loser, Alter. Ich kann nichts machen, Leute. Ich schwöre, ich kann nichts machen. Ich gebe mein Bestes. Ich kann nichts machen. Ich bin so sauer gerade. Oh, Gott. Hätte ich jetzt nur ein Assist bekommen, wäre ich noch angepisst, Alter. Feindliche Drohne über uns. Natürlich. Campen sind hier gar nichts. Ich sehe keinen Grund zum Campen. Aber ich war halt kaputt. Dann wollte ich mich kurz heilen. Feindliche Drohne über uns. Deine Mutter ist über uns. Was? 28,73. Meine Güte, ich will gar nicht sehen, wie mein Team. Feindliche Drohne über uns. Schau, ich war ein Team. 0,2, 16, 0,2, 3. Was? Oh, mein Gott. Schau dich mal die Scores an. Ich schwitze gerade so richtig. Ich mache gleich eine Pause, Alter. Vom Zocken, ey. Ich habe nur drei Spiele gespielt und ich schwitze schon so. Natürlich ist es hier warm, aber das ist kein Grund. Ich glaube, ich würde sogar... Es ist fast Winter. Das ist komisch, Alter. Hier, guck mal. 0,16, 0,3. 6,16, 7,11. Und ich 9,16. Wir wollen geowns. What the fuck? Ich weiß nicht, wieso. Sorry, Leute. Ich werde erst mal eine Pause machen. Ähm... Sie wurden befördert. Glücklich! Super, Mann. Ich bin glücklich. Erstmal verpisse ich mich. Ich glaube, vielen Dank, für's Zuschauen. Beim nächsten Mal bin ich geduscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!